Hi! PSN-Codes trägt ihr am schnellsten und besten bei VGO-Shop, ja! Die günstesten Codes im Netz und am schnellsten auch noch, ja! NUTZ NAG KAPA! Für Rabatt! Link in der Beschreibung! Yo! Servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Benji. Willkommen hier zurück auf NoHandGaming. Ja, ich weiß, ich sehe aus wie ein Penner, aber das Projekt Bart, Freunde, das läuft noch weiter. Und ich weiß, ich sehe scheiße aus. Aber jetzt habe ich es angefangen und jetzt müssen wir es auch weiter durchziehen. Ich habe ein Paket von EA Sports bekommen und wie ihr schon im Titel gesehen habt, ich darf das Bundesliga Team of the Season 2019 wählen. Ihr da draußen könnt ihr übrigens auch wählen, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt. Da gibt es diesen Link, der ist in der Videobeschreibung. Darüber könnt ihr quasi das Bundesliga Team of the Season abstimmen und ich habe die Möglichkeit heute, Freunde, mit euch zusammen das Totz zu wählen. Aber nicht nur irgendwie. Nein, EA hat mir hier was Nettes zugeschickt. Außerdem dazu dieses geile Bundesliga-Trikot. Das gibt es ja eigentlich von den Play of the Month Karten, die jedes Monat gleiches Trikot. Leider ist es die Nummer, eigentlich wollte ich eine 13 haben und es ist eine M, das ist ein bisschen eng. Ich sollte das glaube ich lieber nicht anziehen. Geht eigentlich. Also ich sag mal so Leute, wenn ihr Bock habt auf dieses Trikot, das zu gewinnen, es gewinnen wollt, dann würde ich sagen, schreibt einfach irgendwas mit Hashtag Trikot in die Kommentare. Lustiges Kommentar, ich suche mir das lustigste Kommentar aus. Dann werdet das Video Abonnent vom Kanal sein natürlich und dann nehmt ihr daran teil. Also, mir hat EA dir diese Box zugeschickt und hat mir vorher gesagt, yo Benji, wähl doch das Team of the Season. Hier hast du ne Liste. Schreib mir deine Spieler raus, die du gerne im Team of the Season haben würdest. Und ich dachte mir erst mal so, yo, nehm ich doch einfach die Spieler, auf die ich am meisten Bock hab. Ach ne, dann krieg ich wieder kompletten Hate von der Community. Aber ich hab mir gedacht, okay, ich hab mich versucht, ein bisschen zu informieren, ein bisschen rauszusuchen, wer es so verdient hat und wer vielleicht auch nicht. Und hab mir dann mein Community Team of the Season zusammengestellt. Wenn ihr damit am Ende nicht zufrieden seid. Wie gesagt, ihr könnt es selbst auswählen. Und deshalb starten wir jetzt hier rein. Das Ganze natürlich im 3-4-3. Was heißt natürlich? Aber es ist so. Es ist eine 3-4-3-Formation. Ich hab keine Ahnung wieso. Aber so wird das Bundesliga-Tort sein. Elf Spiele hab ich rausgesucht. Und ich würde sagen, wir machen erstmal den ganzen Laden hier auf. Das ist das Paket. Sonst ist hier nix drinne. Danke für das Paket. Die Frage ist, kriege ich das auf? Alhamdulillah. Also wenn ich dieses Video hier zu früh hochlade. Ich kann nix dafür. Ihr habt mir nix, nicht gesagt, wann ich das hier hochladen darf. Das Paket kam heute an, Freunde. Geil, das sind quasi Footkarten. Ist das Holz? Nee, auf irgendwas gedruckt. Geil. Ja, dann haben wir hier meine Auswahl vom Team of the Season, Freunde. Nee, ich zeig euch hier noch gar nix. Könnt ihr euch mal ganz entspannt abschminken. So. Also, wir haben hier diese eingeblendete Torwart-Auswahl, Freunde. Sommer, Gulaschi, Castils, Baumann und Trapp. Und ganz ehrlich, ich hatte keine Ahnung, wen ich nehmen sollte. Hab mich bisschen informiert und wusste immer noch nicht, wen ich nehmen sollte. Am Ende habe ich mich jetzt entschieden, Freunde, als Torwart-Auswahl. Kevin Trapp. Ich weiß nicht, wieso. Ich bin ehrlich. Beim Torwart wusste ich es einfach nicht. Das ist aber meine Nummer eins im Tor, Freunde. Diese Karte soll für mich ins Team of the Season der Bundesliga kommen. Gehen wir weiter in die Verteidigung. Ich lese euch mal die Nominiertenliste vor, Freunde. Das gibt einmal. Es gibt einmal. Ihr seht es hier auch eingeblendet. Kimmich, Halstenberg, Roussillon, Da Costa, Orban, Süle, Elwedi, Gerhard, Akanji, Hakimi. Und die ganze Geschichte ist daraus, Freunde. Ich wusste nicht, wer ins Community Team of the Season kommt. Und jetzt haben wir ja schon Süle und Roussillon im Community Team of the Season. Ich habe mir aber für die Verteidigung folgende Spieler raus. Ich hatte keine Ahnung, Freunde. Mich tut mich schwer. Wahl Nummer eins. Folgende Karte habe ich schon mal richtig prediktet, Freunde. Roussillon. Geiler, geiler Left-Back. Hat dieses Jahr auch schon ein paar Banger rausgekommen, wie ich finde. Das ist mein Linksverteidiger. Auch wenn es ein 3-4-3 ist. Aber es gibt ihn ja. Er ist ja im Community Team of the Season. Das ist eigentlich eine gute Wahl dann von mir gewesen, dass er drin ist. War das dieses Jahr, als er diese paar Longshots am Anfang rausgeholt hat? I'm early. Also ich bin ehrlich. Keine Ahnung. Zweite Wahl. Nächster Verteidiger, Freunde. Ihr werdet es wahrscheinlich scheiße finden, weil er halt absolut langsam sein wird in FIFA. Aber ich habe mich für Willi Orban entschieden, Freunde. Willi, the main man Orban. Maschine. Rasiert eigentlich ziemlich viel weg in FIFA. Ist hier sogar die Non-Rare-Karte. Ich finde es ein bisschen schade. EA, Leute. Also, danke dafür und so. Aber warum schickt ihr mir die Karten nicht als Totz-Karte zu? So im Design. Die sind einfach Gold. Nächster Innenverteidiger, Freunde. Also wir haben noch zur Auswahl ansonsten. Kimmich. Halstenberg. Da Costa. Süle. Elvedi. Gerhard. Akanji. Hakimi. Ich hoffe, die Karte kommt. Denn ich habe die Futswap-Karte nicht, Freunde. Danny Da Costa ist meine nächste Auswahl. Danny ist ein Superspieler. Danny. So, als ob ich ihn kennen würde. Bruder, Danny, was geht ab? Mal fit bei dir? Super Karte. Geile Karte. Very, very nice. Ich habe diese normale Karte von ihm nicht. Aber ich finde, ich bin der Meinung, er hat eine super Saison bei Frankfurt gespielt. Und hat es auf jeden Fall verdient, eine Rechtsverteidiger-Karte hier abzuholen. Kommt auch mal hier hin. Jetzt ist die Frage, wen haben wir als letztes im Bunde gewählt, Freunde? Es ist dieser Mann hier geworden. Es ist Hasebe, der aber bei FIFA einfach als ZDM hier angegeben war. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Aber ich finde, er gehört in die Innenverteidigung meiner Meinung nach. Er gehört, er hat jetzt bei Frankfurt, soweit ich weiß, auch als Innenverteidiger gespielt. Und hat eine Baba-mäßige Saison gespielt. Das ist der dritte Frankfurter im Bunde hier schon. Aber ich finde, er hat so gut gespielt. Und warum IA den als ZDM hat, ich weiß es nicht. Aber bei mir kommt er definitiv in die Innenverteidigung rein, Mon Amour. So, Mittelfeld. Ihr wollt die Nominiertenliste wissen? Hier ist sie. Willkommen bei der Tagesschau. Reus, Sancho, Havertz, Kostic, Studer, Demiwey, Eggestein, Diago, James, Goretzka, Hasebe, Davara, Klaassen, Griefe, Witzel und Sabitzer, Leute. Für wen habe ich mich entschieden? Ich würde sagen, wir machen es kurz und schmerzlos. Der kommt nämlich auch noch in die Verteidigung, Freunde. Den Niko Schulz, Exjantana, offiziell jetzt glaube ich schon gewechselt zu Dortmund. Teuerster Linksverteidiger der Bundesliga-Geschichte gefühlt. Kommt bei mir auch noch hier rein. Ich habe zwei LVs, Freunde. So, LA spielt da halt LM, was weiß ich. Aber der kommt bei mir noch mit rein. Der hat sich so sehr verdient und ich hoffe, der kommt auch. Jetzt aber Mittelfeld, Freunde. Ich bin gespannt. Schreibt mir mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ist das Bullshit oder nicht? Ich habe mich für Demirbay entschieden. Warum? Ist doch eine geile Karte. Und die Totz-Karte könnte auch richtig geil sein. Oder nicht? Nächste Position, Freunde. Also Demirbay haben wir jetzt ausgewählt. Und jetzt wird es glaube ich ziemlich offensichtlich, wen ich hier genommen habe, Freunde. Denn ich musste mich natürlich für einen unserer Herr Tana entscheiden. Ich war so traurig, als er damals keinen Man of the Match gekriegt hat. Er hätte so verdient, aber bei einer Abstimmung gegen Reus oder sowas hat man halt einfach keine Chance. Es ist die Nummer 10 von Hertha. Ich habe mir hier extra das Hertha-Trikot angezogen. Es ist Duda. Und, Freunde, 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 es wäre einfach nur geil. Es wäre so, so geil, wenn ihr mit mir zusammen versuchen könntet, diesen Traum wahrzumachen. Und Herr Tana Duda hat auch eigentlich Gutes, denn es hat 4 Sterne ihn als Team of the Season zubekommen, Freunde. Ich würde wirklich, das wäre ein Traum, der würde in Erfüllung gehen. Ich meine es vollkommen ernst. Bei den anderen Herr Tana kriegen wir heute nicht. Und Duda hat kein einziges Special Cut dieses Jahr bisher gekriegt. Und er hätte sich es so sehr verdient, Freunde. Also alle für euer Team of the Season abstimmen. Der Link ist in der Beschreibung. Und nehmt diesen Mann bitte mit rein. Ich küsse eure Augenbrauen, eure Monobraue. Also ich küsse alles, wenn ihr den mit reinmacht. Weiter geht es. Ich glaube, wir nehmen schon echt lange auf. Jovic! Hätte ich den nicht genommen, hättet ihr mich einmal über komplett YouTube gejagt. Aber ganz ehrlich, wenn sich ein Stürmer dieses Jahr verdient hat, dann ist es Jovic. Weil er einfach nur eine Maschine ist. Er ist absolut eskaliert. Vor allem auch noch in der Euroleague, wo sie ja leider, 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 leider gegen Chelsea rausgeflogen sind. Aber der nächste Frankfurter im Bunde, Jovic, ist bei mir auf jeden Fall ein Stürmer, Freunde. Die letzten drei Karten. Wir haben noch offen. An sich hätten wir einen, äh, äh, äh. Warum war Jovic jetzt eigentlich schon... Ey, ihr habt die so gut sortiert. Und dann ist ein Jovic mittendrin. Ja, Freunde, jetzt wisst ihr schon mal ein Stürmer. Auf jeden Fall, rechtes Mittelfeld, Jadon Sancho. Er hat ja schon seine Future-Star-Karte, Freunde. Und wenn wir die nochmal toppen, das wäre der absolute Burner. Ja, und ganz ehrlich, Freunde, wir wissen alle, dass Sancho eine ultra geile Saison vom Laden her gespielt hat. Der wird auf jeden Fall kommen. Da gibt es gar keinen großen Diskussionsbedarf, Freunde. Außerdem haben wir... Ich komme mal nah ran. Ja. Der Marco Reus, der wird auch reinkommen. Und der hat schon eine 94er-Playoff in der Kampfkarte. Was wird das für eine kranke Karte, wenn die kommt? Marco Reus ist natürlich auch in meinem Team of the Week mit drin. Die Karte hier sogar schon. Als ZOM so, Leute. Und letzter im Bunde bei mir. Wir haben noch einen Stürmer. Ich habe einen Doppelsturm quasi. Ja, ich bin eigentlich schon blöd. Ich habe ihn mit reingenommen. Ich habe zwölf Karten. Oder eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Da war ja was. Genau. Das war das, was ich mir ausgedacht habe, Freunde. Ich bin mir nicht sicher, welchen ich hier sonst mit reinmachen würde. Klar, Jovic hat es halt einfach verdient, weil er eine kranke, kranke Saison gespielt hat. Aber Paulsen hat auch eine gute Saison gespielt. Und schaut euch mal seine Man-of-the-Match-Karte an. Wenn die Team-of-the-Season-Karte kommt, dann ist sie auch richtig, richtig, richtig geil. Also natürlich, Jovic ist meine Wahlnummer eins. Aber Wahlnummer zwei für mich wäre im Sturm Jusuf Paulsen. Genau. Das ist also meine Auswahl hier. Ich breite das mal aus und zeige es euch nochmal, wie das hier liegt, Freunde. So, Leute. Hier seht ihr nochmal meine Auswahl. So wird es laufen als Bankspieler hier außen. Paulsen, wie ihr seht. Ich denke mal, da wird natürlich eine Bank kommen. Also hat er schon die Chance, auf jeden Fall mit ins Team-of-the-Season reinzukommen. So sieht meine Bundesliga-Auswahl aus. Ist das nicht sexy? Dankeschön nochmal an EA Sports. Aber warum sind die Karten nicht im Tot-State? Ich kriege Fieber. So, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung auf dem Video da. Und wenn ihr das Ding gewinnen wollt, einfach mit Hashtag Trikot irgendwas lustiges kommentieren. Das war's von mir. Stimmt selbst euer Team-of-the-Season ab. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und dann bin ich raus für eure Freunde. Morgen geht's weiter mit einem neuen Video. In dem Sinne, hau da rein. Haltet nicht nur die Ohren steif. Ich bin raus. Dankeschön nochmal für ihre Aufmerksamkeit. Tschüss. Schaafet Heesto